Musik Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit im neuen Wohngebiet am Postweihe genutzt, um mit CSU-Politikern der Stadt Amberg zu sprechen und ihre Anliegen vorzubringen. Organisiert hat das sogenannte Feierabendseitel der CSU-Ortsverband Carmen Sölden. Angesichts des sehr guten Zuspruchs zeigte sich der Ortsvorsitzende Norbert Wasner sehr erfreut. Für ihn ein wichtiger Termin, bei dem das CSU-Motto »Näher am Menschen« auch gelebt wird. Ich denke, wir sollten es nutzen im Sommer, das zwanglose Miteinander sprechen mit den Bürgern, ohne in einen Gasthaus reinzugehen, wo die Leute kommen, sitzen müssen. Sie können ja kommen und gehen, sie können ihr unsere Sorgen, also Nöte sagen. Wir können ja auf den kurzen Wegen das aufnehmen und versuchen, ihnen zu helfen. Zwei wichtige Themen lagen den Bürgerinnen und Bürgern besonders am Herzen. Die nicht gewünschte Versorgung der Ortsteile mit Ammertaler Wasser und die Busanbindung. Die Äußerungen hierzu finden Sie auf youtube.com unter CSU zu Ammertaler Wasser und CSU zu Busanbindung Richtung Postweihe. Musik Musik